hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von my time at porsche ja ja wir müssen jetzt weiter muss ich gerade mal gucken was wir genau machen müssen ist schon eine weile her wo ich letztes mal gespielt habe macht das grammophon wollte man bauen okay wir brauchen marmor kupfer brauchen wir glaube ich noch eine menge da können wir gleich auch noch mal auftanken so auftanken brauchen wir denn jetzt genau da müssen wir noch mal gucken montage station hartholz dealen vier stück haben wir die inventar sagt wir haben die zumindest nicht im inventar so ich sollte die kisten auch mal sortieren irgendwann mal keine hartholz dealen holzbrett keine hartholz dealen okay machen wir welche hartholz dealen genau fertigen wir machen wir mal die zehn stück passt so dann müssen wir unserem schatzi noch ein geschenk machen ich muss gerade mal gucken habe ich denn überhaupt was die kümmer fertigen thermoskanne vielleicht können wir die ja dann auch für schatzi verwenden probieren wir einfach mal das nehmen wir gerade mit was haben wir denn hier place trap wir brauchen eine trap box okay das ist glaube ich neu das kenne ich nicht es tut sich ja immer wieder was und es gibt ja immer wieder updates da leuchtet was da müssen wir mal hin ich will mal gucken was das genau ist was da so leuchtet hier war das doch irgendwo da eine kiste ein aroma apfel ok ein aroma apfel ok ich weiß zwar noch nicht genau was wir damit machen können was haben wir noch da ist noch ein schneck mehr so schatzi ist ja eigentlich voll auf kristalle raus aber da habe ich gerade keine oder halt bücher da müssen wir auch noch rein die batterie platzieren das machen wir heute mal nicht ich habe hier gerade mal ein bisschen den weg frei dass man hier auch gut über die brücke drüber kommt hi toady wir müssen wie ich erfahren habe auch teilweise mit anderen noch ein besseres verhältnis kriegen das müssen wir natürlich dann auch noch machen nicht nur mit schatzi sondern zu anderen brauchen ein gutes verhältnis machen wir das für einige aufgaben dann später auch mal braucht dann gucken wir mal dass wir noch ein paar mehr ein bisschen mehr sozial leben hinkriegen das tut dann wohl not ne hi gail äh quatsch hi sam oh sie wurde meine kollegin okay äh komm nein nein ich wollte nicht trainieren nein 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 meine schwester ich brauche mehr übung ja ich brauche mehr übung sorry ich wollte ich auch nicht äh ich dachte ich könnte hier schein stäre papier machen aber das geht ja gar nicht magst du sowas hummerfleisch du bist sehr großzügig naja ähm mögen ist jetzt vielleicht nicht das richtige hi alo unterhalten wir uns mit dir auch ok kriegst auch noch ein stück hummer danke aber das nächste mal könntest du was besseres aussuchen ja was steht denn hier nachsehen äh so nach jahrelang volles geld ist ein töff töff transportsystem endlich nach borsche gekommen bisher gibt es fünf haltestellen weitere sind in planung dazu der bürgermeister gail für den erfolg einer start ist ein gutes transportsystem nötig mit dem töff töff sind die bewohner viel mobiler die töff töff dienste ist zwischen 7 uhr morgens und 1.30 nachts verfügbar was haben wir noch bernstein insel brücke jetzt offen die bernstein insel war schon immer ein beliebtes ausflugsziel der porsche jana aber nachdem die alte bernstein brücke weggeschwemmt wurde war sie nicht mehr zugänglich nachdem der bürgermeister und die stadtregierung die gelder für eine neue brücke bereit stellten wurde sie schnell von marco unserem neuen handwerker in der stadt gebaut bürgermeister gail sagte ich habe die brücke bereits in augenschein genommen ausgezeichneter arbeit wir planen die höhle auf der insel zu weiteren attraktionen auszubauen darauf darf man sich jetzt schon freuen endlich können die porsche jana wieder auf der insel spazieren gehen ein konflikt zwischen dem empire imperium du du wos und dem fürstentum etea steht ein konflikt unmittelbar bevor beide staaten stellen an der grenze zu den orsu ruinen truppen auf ok die preise für energie steine in der sind in der hauptstadt in die höhe geschnellt da einige ok straßenlaternen aufgestellt im auftrag der stadtregierung haben handwerker in letzter zeit viele straßenlaternen porsche aufgestellt diese verbesserung kam bei den bürgern sehr gut an der ladenbesitzer maß erzählte mir dank der neuen straßenlaterne kann ich jetzt auch spät abends mit meiner besseren hälfte spazieren gehen ok schalter eine anzeige machen wir das machen wir ok so hier ist der hier ist der ok aber da kommt man nicht in die wohnung ne hm oh may may süße nicht weglaufen hoppla tschuldigung ein fotoalbum würde sie jeden tag tragen ein fotoalbum kriegen wir hin ich kann da jetzt aber nur was wollte ich dir schenken äh was wollte ich dir schenken Hummer Apfel magst du Hummer ja so spielen ne oh wir können mit ihr wieder ein neues spiel machen äh bernstein inselbrücke peach plaza ok machen wir gleich um 10 oder gut machen wir dann gucken wir jetzt gerade mal wie es nach neuen aufträgen ausschaut oh hallo Gail guck mal dass du zu dir auch ein besseres Verhältnis kriegen ok äh kriegst auch ein Geschenk Hummerfleisch sehr gut so ähm pflegen wir mal allgemein mehr soziale Kompetenz das tut wohl Not Dr. Su Dr. Su ok kriegst auch ein Stück Hummer oh 3 ok so neue aufträge was haben wir denn für Nora 18 Faserstoff oh 15 Leder na das machen wir doch mehr kann ich glaube ich nicht ja genau morgen erst wieder Hi Priestley Entschuldigung ich wollte nicht schubsen unterhalten wir uns mal mit dir genau so kriegst auch noch einen Hummer das sieht nicht schlecht aus kam nicht so gut an ne aber gab drei Punkte von dem her kann ich mich nicht beklagen so das sind einige Kisten wieder da die ist die wir vorher schon mal geholt hatten Dressing ok dann können wir ja auch noch ein bisschen kriegen wir noch was hoppala Kupfer und Zinnerz brauchen wir auch immer noch mal wieder da ist auch noch eine Kiste Apfelringe wir brauchen auf jeden Fall noch irgendwelche Sachen die gut für die Kondition und so sind Täuscht das ein oder ist die Musik auch neu ich weiß es gerade gar nicht kann mich gerade nicht so daran erinnern dass wir permanent Musik hatten aber ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht müsst ihr vielleicht mal eine ältere Folge angucken und sollte natürlich auch zielen und dann schlagen können wir noch mal gucken ob ich glaube Level Up haben wir noch nicht oder wie spät haben wir denn 18 Uhr 12 das heißt der Tag ist bald rum und dann brauchen wir ein besseres Schwert glaube ich noch ne besonderer Gegenstand sehr schön Topaz müssen wir die Axt und das Schwert und so alles mal aufwerten wir haben immer noch das Holz Schwert ist vielleicht auch ein Grund warum wir gegen diese Riesenschnecke da nicht gewinnen konnten jetzt kriegen wir die Großen hier auch das ist auch neu sonst waren die uns immer verwehrt das hier ist auch irgendwie anders oder täusche ich mich hmm mmhm ist so bei updates passiert halt dann wieder doch schon mal was das Ding war doch sonst nicht da oder täusche ich mich da so ich kann mich spontan nicht daran erinnern so machen wir noch ein bisschen material sammeln hier komm die brauche ich auch so da haben wir noch sonst war unser ax für die großen definitiv nicht gut oder ist eine truhe schnell hin komm nicht genug ausdauer auch so oh wir haben noch goals gekriegt sehr schön jetzt gucken wir gerade mal dass wir noch was ausdauer sammeln ausdauer kriegen so wir brauchen noch ein bisschen ausdauer fleisch haben wir ja zum glück da wollte ich gar nicht hin so die sind doch neu hier hm 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 noch jemand hier mit dem wir sozialkontakt pflegen können der isaac ok kriegst auch noch mal ist zwar nicht dein lieblings ding ich sehe es schon aber die fässer sind neu aber deswegen kommen wir trotzdem nicht da hoch brisley mit dem haben wir schon geschwätzt ja dann würde ich sagen gucken wir gerade post hatte ich gar nicht gesehen herzlichen glückwunsch du warst letzten monat auf platz zwei der werkstätten rangliste du hast es fast auf den ersten platz geschafft aber weiter arbeite weiterhin so hart dann schaffst du es auch bald an die spitze ok danke wir haben kleinen motor bekommen ok und wir müssen ja jeder müssen wir herstellen für schatzi eine holz die 20 wollte ich machen was habe ich denn da wieder angeklickt so kupfer tanken wir noch auf kupfer so leder wir brauchen feld und wir brauchen pflanzenfasern feld 2 haben wir noch mehr fällt dass wir noch ein bisschen mehr machen können da nicht da nicht da haben wir aber schon mal leder 18 gut feines feld normales feld das muss ich gerade mal das wollte ich eigentlich noch gedingst haben ja lederauftrag können wir dann morgen schon erledigen das ist schon mal gut kupferplatten ach kupferplatten brauchen wir kupferspulen und einfache schaltkreise gut so hier können wir mal wieder ein bisschen platz im inventar schaffen ah ja einfach rechtsklick geht ja auch genau blutstein haben wir hier nicht haben wir hier noch irgendwas motoren auch nicht nein so da haben wir das mayonaise was macht mayonaise eigentlich ausdauer ok und stellt ausdauer wieder her stellt gp her die müssten wir auf jeden fall mitnehmen wenn wir in die dings wieder gehen und der stellt auch gp her ok die brauchen wir dann auch das grüne zeug das hatten wir hier oder genau habe ich gar nicht gesehen da haben wir die da haben wir die da haben wir die hier apfelringe stellt ausdauer wieder her kupferplatten 5 wie viel braucht nur ich weiß es gerade nicht sand da ist nix ähm energie stein kristall da wollte ich nicht hin sand haben wir doch hier wusste ich es doch tüdüdü so den rest behalte ich gerade mal so damit sage ich dann nochmal vielen dank fürs zuschauen ich hoffe die Folge hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei nachdem wir ausgeschlafen haben und wir in den nächsten Tag gehen in diesem Sinne, tschüss bis zum nächsten Mal